und von hier kommen wir genau da ums eck geht es nirgends hin so das einzige was wir jetzt noch gucken können ist irgendwo habe ich noch eine ecke gesehen wo ich gedacht boah da ist ja noch dunkel das war glaubt irgendwo hier unten ja da war das so also da kann man weitergehen hier auch auf wiedersehen ok seht ihr das da hinten ist auch noch nicht so dramatisch ich will ich nehmen ist das gold oder ja das ist gold ok auf gold habe ich eigentlich gar nicht so bock wie gesagt mir ging es ja eigentlich mehr darum und zack ok gut also haben wir den spaß hier können wir mal kurz schaufeln und mal gucken ob das irgendwas auslöst nein offenbar nicht können wir da wieder hoch so wunderbar habe ich sonst noch irgendwo was hier nach oben da hinten ne da waren wir dann auch schon genau das war bloß ne andere ecke das heißt das ist schön das ist alles sehr eng miteinander verwoben das heißt ich kann hier schön sachen auslutschen aus dem berg raus wo auch immer ich gerade raus will ach da hinten wahrscheinlich ne so und ich meine wir müssten da lang und dann auch nicht darüber können wir mal gucken ob es da noch irgendwas gibt wo wir theoretisch noch eine ja genau da können wir wieder runter fallen so also hier haben wir auf jeden fall eine menge 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 rohstoffe tschüss so dann können wir nochmal hier gucken was haben wir denn hier so da schauen wir nochmal kurz ums eck ok das war jetzt nicht ganz so gut ähm hälfte hier hälfte da und dann können wir hier vielleicht mal die 14 steine nehmen eins zwei drei den einen stein den können wir wieder zurückpacken gut und dann würde ich halt wirklich mal sagen zack zack so ok oh das sieht alles nicht ganz so gut aus so dann würde ich da gerne noch einen rein und da noch einen dann würde ich ganz gerne hier wieder eine fackel hinhauen ok ok und das dreht sich hier alles schön im kreis so dann würde ich da würde ich gerne dann hauen wir halt da die fackel hin so dann würde ich gerne da und da so so So, und jetzt bin ich halt am überlegen. Ob wir von der Seite hier irgendwo zu unserer großen Höhle kommen. So, dann würde ich da reingehen und da reingehen, und da rein und da rein, und dann würde ich mal einfach da weiter kloppen. Und da weiter kloppen. Aber es klingelt noch nirgends ne Glocke. Wenn ich jetzt hier wieder hochgehe, wie auch immer das klappen soll. Ach, da war's. Dann kann ich hier hinten zurück, darüber. Und da vorne, da vorne wird's rumgehen. Ja, das ist jetzt halt die Frage. Okay, hier würde ich da rüber gehen, da würde ich da rüber gehen. Dann käme ich da einfach nur da hin. Und da grabe ich ja unter diesem Feld durch. So, und im Grunde gehe ich ja schon da hin. Also im Grunde ist das schon mein Wasserfall. Das gehört alles irgendwie zusammen. Die Frage ist halt, wie. Aber im Grunde ist es auch egal, weil im Grunde will ich ja bloß tief in den Berg. Und im Grunde mache ich das ja auch. Ah, da fällt mir ein, ich wollte mal nachgucken, wie tief man maximal gehen kann. Ich sollte wieder was essen. Ach, da war ja auch noch was. Na komm, hüpf hoch. So. 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 Ja, ist ja gut, mein Kleiner. So, im Endeffekt bedeutet das doch... Ähm... Wie bin ich denn da runter? Ach, wahrscheinlich habe ich mich... Hä? Nee. Ich bin da runter und habe da Fackeln hängen platziert. Und dann... Achso, ich bin da lang. So, aua. So, und dann bin ich ja nach da hinten und habe festgestellt, hey, da hinten geht es endlos weiter. Oder Sackgasse. Eins von beiden. Ich glaube, ich habe festgestellt, da geht es endlos weiter. Da haben wir schon wieder Gold. Ach, Gold. Ja, genau. Da haben wir festgestellt, okay, da geht es auch schon wieder endlos weiter. Und hier vorne haben wir festgestellt. Okay, die sind ein bisschen lachhaft, die Mops, weil die halt keine Wirkung haben. Okay. Das heißt, wir machen hier mal wieder ein bisschen Licht und gehen weiter in die Tiefe. Ja, sehr gut. So. Da haben wir hier schon wieder eine Sackgasse, zumindest auf diese Seite. Hier geht es natürlich wieder weiter. Wunderbar, okay. Hier haben wir auch wieder so eine Sackgassenhöhle. Da ist dann jetzt halt die Frage, wie macht man da für unseren... für unsere Treppe weiter. Ich meine, wir könnten hier jetzt natürlich wieder eine Kurve ziehen. Wir können auch einfach sagen, wir flitzen weiter. Also, ich kann ja hier... Genau, ich kann ja hier einfach weitermachen. Also, ich meine, die Aussage ist halt die... Wir können hier einfach weitermachen. So, hier brauche ich halt eine Plattform, wie immer. So, dann wäre das ja so. Warte mal. Also, das wäre ja dieses Niveau. So, dann würde es ja so einfach ganz normal weitergehen. Das heißt, ich kann hier einfach sagen, ähm... Fluff, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ja, da fängt es wieder an. Das war übrigens einen zu hoch. Also, das war ja gerade nicht richtig. Das war ja schon der richtige Stein. Das heißt, ich müsste das so machen. So. Aber das ist im Prinzip ja die gleiche Geschichte. Hab... Hab... Und hab... Ich finde es so witzig, wie man sich ja wirklich selber in diesem Ding einsperren kann. So. Yep. Und dann sind wir schon hier. Zack. Und dann hätten wir hier diese... Dieses Gestufe auch schon wieder. Das heißt, ich kann hier schon wieder Treppen hinbauen. Zack. Also, wir können hier jetzt einfach weiter... So machen. Ein hochhüpfen. Kann ich hier so sagen. Kann ich da so sagen. Kann ich da so sagen. Also, mir ging es vor allem hier so. Zack. 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 Und es geht weiter nach oben. Wunderbar. Und dann kann man quasi hier einfach ganz normal weitermachen. Und irgendwo hier sollte ich halt eine Plattform hinbauen. Damit ich auch aussteigen kann.